Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest in der DEFINITIVE Edition. Was war das? Ah ja. Ich muss ja dazu sagen, nicht wundern. Ich bin ein bisschen krank. Ach, guck mal einer an. Das brauchen wir nicht mal. Wir haben volle Energie. Da kommen wir doch an Sachen. Die gab's vorher noch gar nicht. Gab's schon, aber kamen wir nicht ran. Was bist du denn? Das, wie ich erinnere mich wieder. So, haben wir's jetzt. Danke. Wow, drei gleich. Ich guck mir was machen. Hä? Schade. Da ist das vier. Ist ja geil. Jetzt geht's aber her. Guck mal da unten sind wir auch noch. Wisst ihr was? Wenn wir schon da sind. Komm ich hätte es mir auch einfach machen können. Und ist das so ein Karten-Ding. Ey, Sau. Ey. Mensch. Hä? Noch immer auf der Jagd nach dem Licht. Von Hass geblendet. Wo kommt der denn jetzt eigentlich her? Ja. Ja. Nicht gut. Ja. 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 Mhm. Mhm. Das war. der falsche. Aber egal. So, wir haben jetzt Wasseratmung. Er klingt zwar interessant, aber brauchen wir herzlich wenig eigentlich. Ultrastampfer. Ja, und ja. So, da unten gibt es auch noch genug zu holen. Da auch. Mann. Aber wir machen jetzt mal weiter Story. Aber am besten ohne abzukratzen. Sage ich und sterbe. Das ist doch Mist. So. Gut. Wir wollten weiter. Glaube ich. So. This way. This way. So. Stepp doch einfach. Da Sau. Viele, viele bunte Gegner. Und sie hören einfach nicht mehr auf. Äh. Geht mir doch alle aus dem Weg. Okay. Hm. Ich merke schon. Cool. Ich hab nur die falsche Richtung wieder gedrückt. Nachschub. Ich bräuchte noch einen von euch. Komm mal her. Okay. Gut. 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 Jetzt. Jetzt wo ich dich nicht mehr brauche, kommst du natürlich trotzdem noch. Okay. Was zum... ALTER! Was bist du denn? Ich... Ne. Was ist das? Okay, wenn ich dieses... Ist nicht Wahr Ich hab's speichert Ich weiß, wer sich jetzt wieder Aufregen wird Ich mein, ich selber, aber Fuck it Alter Time to die Für mich Ja Nicht für die Gegner, immer für mich Ernsthaft, hab ich mal wieder Voll das Das ärgert mich jetzt wieder voll Vom deswegen Ja komm Schnauze Richtig Wenn man's will, läuft das ja ganz gut Oh Und Hm? So. Halt. Den nehmen wir noch. Huch. 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 Mit mir jetzt auch nichts wenn da alles Onefackeln ist. Das kann ich bestimmt noch drauf oder? Jo. Oh, habe ich jetzt die Befürchtung, dass ich das große Ding mehr gebraucht hätte? Oh, here we go again. Wer vergisst die schönen Knöpfe? Oh Gott, die vergisst die schönen Knöpfe zu drücken. Warum auch? Ähm, ähm, warte mal. Warte mal. Überblick verloren. Fuck it. Ich müsste vielleicht nach oben. Was? Nein! Warum stirbst du jetzt? Diese Fähigkeit ist schon verdammt mächtig. Nein! Boah, Schwein gehabt. Ja, da geht's heller. Sehr schön. Super. Durchatmen. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt eigentlich euer Ernst? Danke. Das mehr gibt's nicht. Es waren jetzt schon alle eure Geheimnisse hier oben. Gott. Ich kann ja immer versuchen höher zu kommen. Nein. Ja. Ich hab's vorhin mit einer Stompfattacke versucht, ne? So. Das heißt, da geht's weiter. Da unten ist Bonus. Und wie's weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Wie immer sage ich danke fürs Einschalten. Habt euch wohl. Und tschüss. Tschüss. Das heißt, da geht's nochmal weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nee, Cory. Tschüss. Se Advochstinde. Dann Eras chang dai. –ugarz galleries. –Gro seit hagas. –Tja. –Tja.